Also, es war einmal. So erzählte heute niemand eine Geschichte mehr. Heute heißen Geschichten Stories und mit Storytelling werden Geschichten so transportiert, dass man Ziele und Zielgruppen ganz besonders gut erreichen kann. Also verabschieden wir uns von dem klassischen Szenario und gucken, was Storytelling heute bedeutet. Storytelling ist eine Technik, mit der Fakten und Wissen in Geschichten verpackt transportiert wird. So kann alles besser erinnert werden und die Wirkung der Botschaft ist größer. In Unternehmen werden Geschichten schon lange eingesetzt und Sie kennen sicherlich auch viele davon. Da gibt es das Produkt, was angeblich in allen Lebenssituationen hilft. Da gibt es das Unternehmen, was in einer Garage gegründet wurde und jetzt ein Riesenkonzern ist. Oder die Geschichten von Erfindungen, die angeblich die Welt verändert haben. Das sind alles Geschichten, die wir kennen und die wir uns, ob wir wollen oder nicht, sehr gut merken können. Sie wecken Erinnerungen. Erinnerungen und Verknüpfungen mit Sachen, die wir schon erlebt haben. Das ist das Besondere an Geschichten. Wir sehen nicht nur, was passiert und wer mit wem spricht und wer was macht, sondern wir empfinden auch etwas dabei. Wir freuen uns, wir haben Spaß, wir sind mit den Akteuren traurig, wir empfinden vielleicht Stolz über das, was gezeigt wurde. Diese Aktivitäten machen sich moderne Geschichtenerzähler zunutze. Das können Sie an sich selbst merken. Erinnern Sie sich an den letzten Spielfilm, den Sie gesehen haben. Vermutlich können Sie ihn gut wiedergeben. Das ist aber nicht unbedingt der Fall, wenn Sie sich mit abstrakten Themen beschäftigen. Vielleicht haben Sie mal einen Vortrag über Staatsverschuldung gehört. Das merken wir uns auch, aber auf eine ganz andere und oft viel weniger intensive Weise. Und jetzt müssen wir uns fragen, was das für moderne Kommunikation bedeutet. Wir brauchen Geschichten. Wie kommt man also auf Geschichten, mit denen man in der Kommunikation etwas anfangen kann? In jeder Organisation gibt es Menschen, die etwas erleben, die etwas erlebt haben, die Wünsche und Bedürfnisse haben. Es passiert wahnsinnig viel und es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Praktisch gibt es vier Formen von Geschichten, die man nutzen kann. Die Geschichte, wie alles begann, die Erfolgsgeschichte, die Geschichte, die Probleme löst und Widerstände überwindet und die Zukunftsgeschichte. Deine Widerstände überwärte, die Stadtkirchen und Widerstände überwärts und die Stadtkirchen, die zu dieser Zeit hervorragung und Change looked. Sie sind die Askung überwärts und Widerstände überwärts und Widerstände überwärts. Sie sind die Vergangenheit, die Stadtkirchen und Widerstände überwärts. Sie sind die Erfolgsgeschichte.